Sachsen-Anhalt stellt für seine Theater und Orchester in den Jahren 2024 bis 2028 rund 276 Millionen Euro bereit. Entsprechende Verträge hat das Land abgeschlossen. Sie böten finanzielle Sicherheit und Kontinuität für die kommenden fünf Jahre. Landesgeförderte Theater und Orchester können damit ihre künstlerischen Potenziale entwickeln und den Menschen attraktive Programme anbieten. Die neuen Verträge seien ein starkes kulturpolitisches Signal unseres Landes, so Staats- und Kulturminister Robra. Eine Erhöhung der Grundförderung ist vorgesehen, um Kostensteigerungen abzufedern.